Die Oberlidstraffung oder Schlupflidoperation ist die am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation weltweit. In diesem Video erkläre ich dir genau, was es damit auf sich hat, wie die OP durchgeführt wird, was man dabei beachten muss und welche Ergebnisse du erwarten kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen im YouTube-Kanal der Doro Klinik. In diesem Video geht es ganz um das Thema Oberlidstraffung. Und zwar werde ich in diesem Video die komplette Beratung für eine Oberlidstraffung abhandeln. Und ganz am Schluss vom Video werde ich dir noch eine Checkliste mitgeben für den Arzt und für die Klinik, an den du dich wenden kannst, damit du einfach doch mal für dich abchecken kannst, ist das genau der richtige Ansprechpartner, hat der auch die Kompetenz, bin ich da gut aufgehoben. Deswegen viel Spaß beim ganzen Video. Es ist ein langes Video und es wird komplett die ganze Beratung für die Oberlidstraffung mit beinhalten. Das Thema ist Oberlidstraffung, Schlupflid-OP. Es gibt beide Begriffe und häufig sagt man einfach zu den hängenden Oberlidern, Schlupflidern in Deutschland. Und deswegen wird von ganz vielen Menschen auch die OP als Schlupflid-OP bezeichnet. Und dein Wunsch ist wahrscheinlich auch der, dass du nicht mehr müde aussehen möchtest. Ganz viele Menschen, die kommen zu uns und sagen, das was mich am meisten stört, ist jetzt gar nicht, dass ich vielleicht ein eingeschränktes Gesichtsfeld habe, dass ich eben nicht mehr richtig zur Seite gucken kann. Das ist nur, wenn es ganz, ganz fortgeschritten ist. Aber viele Leute kommen zu uns und sagen, ich werde immer wieder angesprochen, hey, du siehst so müde aus, ist alles okay mit dir, du wirkst ein bisschen traurig. Und das gefällt ihnen einfach nicht. Und auch einfach beim Blick in den Spiegel zu sehen, Mensch, die Augenlider, die hängen ein bisschen. Und viele Frauen berichten uns auch, dass sie eben durch die hängenden Oberlider nicht mehr so gut schminken können, den Lidstrich einfach schwieriger ziehen können. Aber es ist so, es sind nicht nur die Frauen. Und es ist auch bei Männern so, dass Männer genauso darunter leiden und auch sagen, ich möchte gerne dynamischer aussehen, frischer aussehen, auch frischer wirken und nicht mehr einfach das Müde haben. Und man sieht hier auf diesem Bild, das ist ein jüngerer Mann, das erkennt man, aber trotzdem hat er einfach schon die Schlupflider, weil ein Großteil von den Schlupflidern ist einfach auch veranlagungsbedingt. Also das heißt, es gibt durchaus Menschen, die das schon sehr früh haben. Und das auch manchmal so einen leicht asiatischen Touch von den Oberlidern. Und da lohnt es sich durchaus auch die Operation schon sehr früh durchzuführen. Schwere Lider, das ist einfach das Thema. Man sieht es hier, die Augenbrauen sind in einer schönen Position, aber es ist einfach zu viel Masse hier am Oberlid. Und das Drück nach unten fühlt sich oft auch schwer an. Gerade abends dann, wenn man müde ist, dann merkt man da einfach auch das Gewicht auf den Lidern. Und das fühlt sich nicht schön an. Der Effekt von der Oberlidstraffung, das sieht man sehr schön. Ich verwende ganz, ganz gerne solche Simulationen, weil da einfach die Belichtung, die Aufnahmengröße und der Rest vom Gesicht komplett exakt gleich bleibt. Und das ist das Schöne daran. Man sieht hier, der einzige Unterschied an den beiden Gesichtsausschnitten ist nur das schwere Oberlid. Die Augenbraue ist exakt an der gleichen Position. Und da sieht man auf einmal, wow, das macht so einen riesen Eindruck. Und es ist auch für mich eine von den OPs, die ich am liebsten mache, weil sie unglaublich schöne Ergebnisse bringen, weil sie extrem schnell verheilen, extrem unkompliziert sind und für die Patienten auch gar keine große Belastung darstellen, weil sie sehr schnell wieder fit sind. Und weil es unglaublich schöne, eindrucksvolle Ergebnisse gibt, die wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied bringen, aber trotzdem immer ganz natürlich aussehen. Deswegen ist das eine von meinen Lieblings-OPs. Man sieht auch hier nochmal einfach ein Beispiel von schönen Augen. Das ist die Symmetrie ist natürlich wichtig. Ganz viele Menschen, die haben auch einen Unterschied zwischen rechts und links, sodass ein Lid ein bisschen weiter runterhängt. Das kann man auch sehr schön mit korrigieren. Und einfach schöne, offene Augen. Früher hat man bei den Oberlidstrafungen sehr, sehr viel weggeschnitten. Da hat man oft so Puppenaugen kreiert und hat da auch viel Fettgewebe in der Tiefe weggenommen. Und das hat eher hohlere Augen gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr der Trend. Manchmal macht man es sogar so, dass wenn die Augenbrauen hier oben eingefallen sind, dass man da sogar noch ein bisschen Fett nachgibt, also ein bisschen Eigenfett mit aufbaut. Das ist aber nur in wenigen Fällen erforderlich. Hier sieht man nochmal ein Beispiel, eben bei einer eher jüngeren Patientin. Und da sieht man auch, was das für einen krassen Unterschied macht, wenn vorher das Lid so schwer, müde war, gehangen hat, einfach gedrückt hat und wie frisch das danach aussieht. Hier ist nochmal ein weiteres Beispiel. Bei einem Mann, da sieht man auch das schwere Oberlid und danach die schöne, gleichmäßige Lidfurche, die man haben will. Man will weder das ganze Lid sehen, denn auch bei jüngeren Menschen ist es so, dass man nicht das komplette Lid sieht beim geöffneten Auge, sondern nur so etwa zwei, drei Millimeter. Und genau das will man kreieren, das, was jugendlich aussieht. Es soll nicht operiert aussehen, es soll einfach frisch, natürlich und jugendlich aussehen. Die Ursachen für so ein hängendes Lid oder für ein Schlupflid, die liegen zum Teil in der Veranlagung, wie ich vorher schon gesagt habe, und zum Teil aber auch natürlich im Alterungsprozess. Das heißt hier, hier sieht man das junge Oberlid und beim älteren Oberlid ist es so, dass da ein bisschen Volumen verloren geht, die Haut nachsackt und manchmal auch die Augenbraue, die ein bisschen runter geht. Und die Kombination aus den drei Faktoren lässt die Lidhaut einfach dann im Überschuss da sein und die ist auch das Hauptproblem. Man kann sogar durch die Schlupflider auch Falten bekommen. Du fragst dich jetzt, wie kommt das? Und zwar, es kommt daher, dass tiefe Augenbrauen und Schlupflider einfach auf die Augen drücken, auf das Lid drücken und das fühlt sich schwer an. Manchmal sieht man dann auch nicht mehr richtig, weil man einfach merkt, Mensch, man muss das öffnen und dadurch ziehen viele Menschen dann die Augenbrauen hoch als Kompensation für die schweren Lider, für die abgesunkenen Augenbrauen und Lider und das macht dann Stirnfalten durch das Hochziehen. Das sieht man hier an den Pfeilen, die simulieren oder die zeigen das Hochziehen von den Augenbrauen als Kompensation für die Schlupflider und so macht das dann auch Falten. Hier darf man auf keinen Fall Botox geben, denn das Botox würde die Stirn komplett lähmen und dann sinkt die noch weiter runter und man bekommt noch mehr Schlupflider. Bei manchen Menschen ist es so, dass die Augenbrauen sehr, sehr tief sind. Das sieht man jetzt hier bei der älteren Patientin hier, bei dem älteren Gesicht, da sieht man, die Augenbraue ist schon kurz vor den Wimpern. Beim Jüngeren sieht man die große Distanz zwischen Wimpern und Augenbraue und hier ist die Augenbraue sehr, sehr tief und sie hat auch so eine traurige Form. Die Form der Augenbraue ist ganz, ganz wichtig, auch für den Gesichtsausdruck und wenn so eine Situation vorliegt, dann kann es mal sein, dass die Oberliedstrafung gar nicht die richtige OP ist, dass die gar nicht ausreicht, weil wenn man hier einfach nur die Lidhaut wegnehmen würde, würde die Augenbraue sogar noch ein bisschen weiter runtersacken, weil die fast ein bisschen gestützt wird, auch von der Lidhaut und dann würde das noch trauriger und müder aussehen. In so einem Fall ist dann ein Stirnlifting oder ein Augenbrauenlifting die richtige Operation, weil man dann hier die abgesunkene Augenbraue wirklich wieder hochbringt. Das ist aber auch nur sehr selten notwendig, sehr selten der Fall, aber du kannst ruhig mal selber vor dem Spiegel schauen, wie das bei dir ist, ob dein Wunsch ist, einfach die überschüssige Lidhaut hier wegzuhaben oder ob du dir wirklich das hier wünschst, also das Anheben von der Augenbraue. Das sind zwei verschiedene Sachen, die auch ganz, ganz andere Auswirkungen haben auf deinen Ausdruck, auf deine Persönlichkeit, auf deine Ausstrahlung. Die Oberliedstrafung, die Schlupflidoperation, die verändert an der Ausdrucksweise, an der Persönlichkeit sehr wenig bis gar nichts. Das heißt, man wirkt nur viel frischer, aber man wird eher nicht darauf angesprochen, man bleibt vom Gesichtsausdruck sich selber. Bei der Augenbrauenanhebung, beim Stirnlifting mit dem Augenbrauenanheben, da ändert sich schon auch ein bisschen der Gesichtsausdruck. Das heißt, das hat einen anderen Effekt. Deswegen schaust du dir ruhig mal selber im Spiegel an und spiel ein bisschen damit. Du wirst dich jetzt fragen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und so viele Menschen kommen zu uns in der Beratung und sagen, soll ich vielleicht lieber noch mal fünf Jahre warten? Viele haben auch schon viele, viele Jahre gewartet und haben es lang vor sich hergeschoben. Und meine Antwort darauf ist, mach es dann, wenn es dich stört. Es ist egal, ob es dich in dem Stadium stört, in dem oder in dem. Einfach dann, wenn du selber sagst, das nervt mich, dann mach es. Denn die Operation ist so easy, sie verheilt so schnell und die Ergebnisse sind so schön und auch so lang anhaltend, dass es sich wirklich überhaupt nicht lohnt, da zu lange zu warten. Der Hautüberschuss selbst, das habe ich vorher schon gesagt, das ist das eigentliche Problem. Das ist das Hauptproblem bei den Schlupflidern. Und hier sieht man das mal vor der Operation eingezeichnet, wie viel Hautüberschuss das ist. Das kann also mal bis zu hier in der Höhe anderthalb Zentimeter sein. Nein, meistens ist es so im Schnittraum so etwa 10 Millimeter, also 1 Zentimeter. Und zu dem Hautüberschuss kommt manchmal noch ein bisschen Muskelgewebe, was da drunter im Litren flächig zu viel ist. Und bei manchen Patientinnen ist es auch so, und bei Patienten oder Menschen, dass hier an der Nase, also hier im inneren Augenwinkel, dass da auch ein bisschen Fettgewebe zu viel ist. Und das gibt dann so eine kleine Beule, die so vorsteht. Und das kann man auch sehr, sehr schön mit der Oberliedstraffung mitbeheben und korrigieren. Das heißt, man sieht hier auch, das ist eine ganz individuelle Sache. Das ist nicht immer gleich. Manchmal ist es nur die Haut. Dann ist die Frage, wo ist wie viel Haut zu viel. Manchmal ist es auch ein bisschen Muskulatur, gerade wenn die Lider sehr, sehr dick und schwer sind. Und manchmal eben auch Fettgewebe. Das Wichtige ist hier, jetzt bin ich gerade ein bisschen zu schnell nach vorne galoppiert, das Wichtige ist die Beratung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du selbst dich austauschen kannst mit dem Arzt, mit dem Personal, dir vorher nachher Bilder anschauen kannst und das ganz genau auf deine Situation eingegangen wird. Das ist ganz wichtig. Manche Menschen, die nehmen auch Medikamente ein, die haben Vorerkrankungen, die man besonders berücksichtigen muss. Und aber auch der ganze Ablauf ist ganz wichtig, dass der vorher ganz genau besprochen wird. Ich versuche in diesem Video wirklich schon so viel, wie es nur geht, zu besprechen, damit du schon möglichst gut informiert auch in deine Beratung reingehen kannst. Denn eben deine Situation ist das Wichtige, was dabei berücksichtigt werden muss. Deswegen schau es selber schon mal im Spiegel an. Vielleicht mach ein Selfie-Foto und schau es dir da mal genau an, wie das bei dir aussieht. Alternativen zu der Lidstraffung gibt es keine seriösen. Das muss ich ganz klar vorneweg sagen. Es wäre schön, wenn es irgendwas geben würde, wo man mit Laser, mit Radiofrequenz, mit Ultraschall, mit irgendwas die Haut straffen könnte. Es gibt eben, da gab es hier auch einen Artikel in der L, der Plasma-Pen. Es ist eine Erhitzung von der Haut, eine punktuelle Erhitzung. Und die macht eben, da sieht man hier auch, starke Schwellungen, starke Rötungen und Verbrennungen. Aber es ist danach, nach mehreren Wochen, immer wieder genau das Gleiche. Es bringt dauerhaft praktisch null Veränderung. Und von der Heilungszeit ist es sogar noch länger als die Oberlidstraffung, weil die ganze Haut flächig verbrannt wird und es kann im schlimmsten Fall sogar Narben geben. Es ist also definitiv keine empfehlenswerte Alternative zur Lidstraffung, weil es einfach vom Effekt her praktisch null ist und trotzdem von der Ausfallzeit sogar noch dramatischer ist. Die OP muss ganz individuell geplant werden, weil manchmal eben auch andere Sachen wichtig sind. Wie ich vorher schon gesagt habe, manchmal ist es die Position der Augenbraue. Hier in diesem Fall ist es so, dass eben am Unterlid auch noch Tränensäcke da sind und manche Menschen, die zu uns kommen, die wünschen sich, dass wir auch das mitbehandeln. Das muss nicht sein. Auch wenn man Tränensäcke hat, kann man zuerst nur die Oberlider operieren und die Unterlider in Ruhe lassen. Das ist also auch ganz individuell, wie das gewünscht wird von dir, was dich selbst da stört und was deine Motivation ist, das zu machen. Bei der Operation gibt es im Endeffekt zwei Techniken, wie man schneiden kann. Man kann mit Laser schneiden oder mit dem Skalpell und ganz viele Menschen, die denken immer, dass der Laser das Modernere, das Bessere ist. Das war es einfach, das ist fancy, das hört sich cool an. Und man denkt, boah, Laser, das muss doch besser sein. Aber du siehst es hier schon auf dem Bild, der Laser verbrennt die Haut. Der Laser verbrennt den Schnittrand und deswegen ist die Wundheilung beim Laser viel, viel schlechter. Die Narben werden deutlich schlechter und die Wundheilung ist auch verzögert. Und deswegen hat sich das überhaupt nicht durchgesetzt. Und es gibt heutzutage nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die mit dem Laser operieren. Wahrscheinlich, weil sie sich einen gekauft haben für teures Geld und doch irgendwie hoffen, dass er doch was bringt. Aber lass die Finger davon, lass dich von jemandem operieren, der einfach nur mit einem Skalpell schneidet. Das ist viel, viel schonender und viel, viel besser verträglich für die Haut. Die OP selber, da soll ich dir hier nochmal mit diesem Bild zeigen, wie harmlos es einfach ist. Du siehst hier, diese Seite ist noch nicht operiert. Da ist eingezeichnet, wo die Haut entfernt werden soll. Und hier ist es schon vernäht und geschnitten. Also es ist mitten in der Operation aufgenommen, das Foto. Und du siehst wirklich, wie harmlos es ist. Es ist da keine Schwellung da, kein Blut, gar nichts. Das kommt auch daher, dass die Operation in lokaler Betäubung durchgeführt wird. Das heißt, hier wird lokales Betäubungsmittel eingespritzt. Und das reduziert auch die Blutung, weil der Adrenalin mit drin ist. Und deswegen ist das eine sehr, sehr, sehr blutarme Geschichte. Es muss aber nicht nur in lokaler Betäubung sein. Oft, das komme ich später noch drauf, geben wir noch Dämmerschlaf dazu, um das Ganze noch viel entspannter zu machen. Der Schnitt selber bei der Oberlidstraffung, der geht immer relativ weit zur Seite. Und du wirst jetzt wahrscheinlich erstaunt sein und wirst sagen, krass, warum muss die Narbe so weit zur Seite gehen? Sieht man die nachher nicht? Muss das denn sein? Das möchte ich gar nicht. Ich möchte nur so eine kurze Narbe haben. Aber es ist so, das siehst du hier an diesem Beispiel ganz schön, bei vielen Menschen geht einfach der Hautüberschuss hier bis zur Seite. Es hängt auch hier eben und wenn man da den Schnitt nicht bis zur Seite führt, dann kann man dort die überschüssige Haut nicht wegnehmen und das Ergebnis würde nicht schön werden. Denn gerade der Bereich hier seitlich ist besonders wichtig für die Ausstrahlung und für das frische Erscheinungsbild nach der Operation. Die Narben selber, das sieht man jetzt hier auf einer Simulation, die sind ganz fein und die sind danach kaum mehr sichtbar. Und deswegen sollte man wegen den Narben wirklich gar keine Sorgen haben. Die sind also dabei wirklich zu vernachlässigen. Hier sieht man es nochmal bei einer wirklichen Patientin. Das ist der Hautüberschuss vorher. Und hier sieht man jetzt die Region und man sieht auch da, die Narben sind praktisch nicht zu sehen. Das ist auch ein bisschen individuell. Es ist nicht bei jedem Menschen gleich. Bei manchen Menschen sieht man die Narben ein bisschen mehr. Bei manchen Menschen sind sie schon ganz schnell komplett verschwunden. Die Anästhesie, das habe ich vorher schon gesagt, ist eine lokale Betäubung, die auf jeden Fall immer gemacht wird. Und man kann das Ganze einfach noch durch einen Dämmerschlaf ergänzen. Eine Vollnarkose, die ist nicht notwendig. Aber der Dämmerschlaf, der macht das schon sehr, sehr entspannt. Man bekommt dann praktisch nichts mehr mit und schläft während der Operation. Und das fühlt sich fast oft an wie eine Vollnarkose. Aber es ist eben viel, viel leichter verträglich als eine Vollnarkose. Das ist eine sehr schöne Sache. Wir machen bei uns in der Klinik fast über 95 oder 99 Prozent aller Liedstraffungen in Dämmerschlaf. Die Vorbereitung vor der Operation sieht folgendermaßen aus. Zuerst macht man nochmal die berühmten Vorherbilder. Und man bespricht das nochmal gemeinsam, erklärt nochmal alles. Und vor allem wird das dann ganz genau angezeichnet, wie man hier sieht. Es wird genau ausgemessen, wo der untere Schnittrand ist, der obere Schnittrand. Es wird genau angezeichnet, ob auch noch Fettgewebe zum Beispiel entnommen wird. Und so kann man die OP ganz exakt planen, dass das Ergebnis nachher richtig symmetrisch und wunderschön wird. Die Naht selbst wird so durchgeführt, dass der Faden in der Haut langgeschlängelt wird. Es ist nur ein Faden und der läuft von rechts nach links durch und den kann man nachher auch so entfernen. Es ist eine sehr, sehr schöne Art zu nähen und das nennt sich intrakutane Naht und das macht auch sehr, sehr schöne Narben. Die Risiken bei der Oberlisstraffung, es ist so, jede Operation hat immer Risiken. Es kann immer Nachblutungen geben, starke Blutergüsse. Es kann Schwellungen geben, es kann Entzündungen geben. Die sind bei Oberlisstraffungen alle sehr, sehr, sehr gering. Es ist wirklich eine sehr sichere OP, die weltweit Millionen Mal durchgeführt wird und die extrem selten Komplikationen macht. Ganz viele Menschen fragen uns, ich habe Angst, dass ich mein Auge danach nicht mehr zubekomme. Oder andere Leute sagen, Mensch, da wird so nah am Auge operiert, ist das nicht riskant. Beides ist völlig entspannt, dass das Auge danach nicht mehr zugeht. Das war eben, wie gesagt, früher so, da haben die Chirurgen extrem viel Haut weggeschnitten, viel zu viel. Und das hat auch sehr künstliche Ausdrücke gemacht. Das macht man heutzutage nicht mehr so und da muss man überhaupt gar keine Angst mehr haben, dass man die Augen nicht mehr zubekommt. Und auch, dass dem Auge was passiert, das ist also wirklich auch da gar nicht möglich. Eine Übernachtung ist in der Regel auch nicht mal erforderlich. Man kann die mit dranhängen, wenn man sich zu Hause ein bisschen unsicher fühlt, wenn man lieber jemanden noch dabei hat oder wenn man einfach noch die Betreuung hat, dann kann man bei uns gerne auch in der Klinik übernachten. Das bieten auch andere Kliniken natürlich an und es ist aber überhaupt gar kein Risiko, nach Hause zu gehen. Lediglich Menschen, die jetzt zum Beispiel blutverdünnende Medikamente einnehmen oder ein anderes Risiko haben, die sollten lieber in der Klinik bleiben. Wenn du aber nach dem Eingriff nach Hause gehen möchtest, solltest du im Endeffekt hauptsächlich auf eine Sache achten und zwar, dass du dich nicht nach unten büchst oder besonders anstrengst. Denn dadurch würde mehr Blut reinschießen in das Gebiet und das könnte zu einer Nachblutung führen. Die Tage danach, die sind erstaunlich easy. Es ist so, dass man nach so einer Oberlidstraffung oder Schlupflid-OP praktisch keine Schmerzen hat. Das ist eine total schöne Sache und deswegen kann man danach im Endeffekt, wenn man eine Sonnenbrille aufzieht, wie hier in dem Beispiel, kann man fast alles machen. Man kann sich normal bewegen, einkaufen gehen, kann auch Sport machen und kann ganz normal duschen, Haare waschen. Das ist alles gar kein Problem und deswegen ist die OP da auch relativ locker. Man sieht danach einfach ein bisschen verbeult aus oder man hat leicht blaue Augen. Auch wie hier im Beispiel ist es so ganz typisch, dass der Bluterguss ein bisschen runtersackt und eher im Unterlidbereich sichtbar ist. Die Narbe ist dann auch noch ein bisschen gerötet, aber das verschwindet schon nach einigen Tagen. Die Ausfallzeit, die ist so etwa eine Woche bis zehn Tage. Also wenn man den Eingriff zum Beispiel an einem Montag machen lässt und dann am Montag drauf wieder arbeitet, ist das auf jeden Fall kein Problem. Und Menschen, die da ein bisschen vorsichtiger sind, die können den Eingriff auch am Donnerstag oder Freitag machen lassen und dann die Woche drauf dann wieder arbeiten. Die Nähte werden ganz einfach entfernt. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass mit der intrakutane Naht einfach so einmal durchgeschlängelt wird. Und das heißt, man nimmt eine kleine Klemme und zieht am einen Ende den Faden einfach raus und das war es dann schon. Also es ist eine ganz, ganz einfache Sache und der Faden wird so etwa nach einer Woche danach entfernt. Die Nachkontrollen sind eben nach einer Woche und danach nochmal nach drei Wochen und nach drei Monaten, dass man da einfach nochmal Fotos macht, einen Vergleich nochmal hat. Das ist immer sehr schön für die Menschen, wenn man danach dann sieht, wie es vorher ausgesehen hat und dann einfach schaut, dass alles in Ordnung ist. Die Narbenpflege, die ist auch relativ easy, da muss man nicht viel machen. Am Anfang kann man ein bisschen Bepanthen auf die Narben drauf machen, aber ansonsten braucht man da keine spezielle Narbenpflege. Wenn man in die Sonne geht, in den Wochen danach sollte man einfach vorsichtig sein und hier gerade im seitlichen Bereich ein bisschen 50er Sonnenschutz drauf machen. Viele Fragen sind natürlich in dem Bereich, wann kann ich wieder? Und da sehen wir hier schon auf den Beispielen, auf dem Bauch schlafen, in die Sauna gehen, Sport machen, in den Urlaub gehen, duschen, arbeiten und unter Freunde gehen. Das Ganze ist wie gesagt so, dass man nach einer Woche wieder praktisch alles machen kann, wenn die Fäden entfernt sind sowieso. Man sollte noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu früh jetzt ganz anstrengenden Sport macht. Und man sieht das hier jetzt nochmal in der Kurve, dass in der ersten Woche eben die Hauptteilungszeit ist. Und danach kann man aber schon relativ schnell wieder alles machen. Mit Sauna und Solarium, da sollte man so etwa zwei Monate warten, damit da nicht zu viel Wärme reinguckt. Aber ansonsten ist das sehr, sehr unkompliziert und auch ein Flug nach einer Woche ist gar kein Problem. So, jetzt hat sich schon wieder hier meine Fernbedienung verselbstständigt. Und die Frage ist jetzt dein Ergebnis. Das würde dich interessieren, was kann bei dir erreicht werden. Und das ist ganz wichtig, dass das in der Beratung geklärt wird, dass du da mit dem Arzt, der dich operieren soll, genau darüber sprichst, was bei dir genau zu erwarten ist. Wie weit der Schnitt sein soll, wie viel man erwarten kann. Und ob noch irgendwelche Zusatzergänzungen dazu notwendig sind. In der Regel ist es so, dass die Oberlidschaffung einfach wirklich fantastische Ergebnisse macht, die sehr schnell auch da sind und die einen sehr, sehr, sehr schönen Unterschied machen. Und das Verrückte ist, weil es eben so natürlich aussieht, bekommen die Patienten danach meistens nur zu hören, Mensch, du siehst so frisch aus, warst du im Urlaub, du bist so ausgeruht. Und dass niemand das auf eine OP zurückführt, was natürlich auch sehr schön ist. Die Haltbarkeit von der OP ist auch extrem lange. Wenn man bei der OP zu wenig Haut wegschneidet, wenn man zu vorsichtig ist, dann kann es natürlich sein, dass dann das schon nach zehn Jahren wieder kommt. Und wir haben auch durchaus Patienten, die das irgendwann mal operieren lassen haben und zu uns kommen, um das nochmal machen zu lassen. Aber wenn man das schön plant und sorgfältig macht, ist es so, dass das im Endeffekt, dass man fast von einem dauerhaften Ergebnis sprechen kann. Hier kommen wir nun zu der versprochenen Checkliste für den Arzt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du da kritisch reingehst, aber natürlich auch trotzdem dich traust, das zu machen. Lass dich ruhig von mehreren Ärzten beraten und sei einfach dabei bei der Auswahl vorher schon auf der Hut. Denn es ist so, es gibt wie überall einfach doch große Unterschiede. Achte auf jeden Fall darauf, dass derjenige einen Facharzttitel hat. Und die Frage ist immer, welcher Facharzt ist besser für eine Liedstraffung geeignet? Ist es der Augenarzt, ist es der Dermatologe oder ist es der plastische Chirurg? Es gibt in jedem Fachbereich gute und nicht so gute Chirurgen. Und wichtig ist einfach nur aus meiner Sicht, dass derjenige den Eingriff sehr, sehr häufig durchführt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen gehe ich nicht zu jemandem, der eigentlich in seiner Praxis normalerweise die ganze Zeit Hautkrankheiten behandelt und dann einmal im Monat eine Oberliedstraffung durchführt. Das kann nicht gut sein. Man muss einfach genau auf den Eingriff trainiert sein und den schon seit vielen, vielen Jahren ganz routinemäßig durchführen. Achte auf Bewertungen, Empfehlungen und vor allem auch auf die Sympathie. Achte darauf, wie der Arzt mit dir spricht, ob er sich Zeit nimmt. Und achte ruhig auch mal darauf, wie er bei kritischen Fragen reagiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Bohr ruhig mal nach, frag mal, Mensch, wie lange machen Sie die Operation schon? Hatten Sie schon mal Komplikationen? Wie oft haben Sie die schon durchgeführt? So etwas darf man durchaus fragen. Und ganz, ganz wichtig ist mir immer die Sprache, die Mentalität und das Verständnis. Ich erlebe es jeden Tag, dass Patientinnen, gerade die sich in Osteuropa operieren lassen, dann über einen Dolmetscher kommunizieren oder mit einem Arzt, der nur gebrochenes Deutsch spricht. Und es kommt so oft zu Missverständnissen und danach einfach zu schlechten Ergebnissen. Das muss kein schlechter Arzt sein, aber wenn die Verständigung schon hapert, dann kann nie das dabei rauskommen, was der Patient sich wirklich wünscht. Bei der Klinik ist es auch ganz wichtig, dass du da drauf schaust, dass der Fahrtweg nicht zu weit weg ist. Wenn die Klinik länger als drei Stunden mit dem Auto weg ist, dann solltest du da kritisch sein. Dann solltest du dort mindestens eine Woche übernachten. Aber auch eben danach kann es immer wieder sein, dass dann auch nach zwei Wochen, nach drei Wochen nochmal irgendwas auftritt. Und wenn dann der Arzt in Prag ist, dann lohnt es sich nicht nochmal dahin zu fahren. Aber wer hilft dir dann? Wer korrigiert dann vielleicht das kleine Fältchen, was noch da ist oder die kleine Asymmetrie, die noch da ist? Und deswegen rate ich dringend davon ab, zu weit weg zu gehen und vor allem aber eben ins weiter entfernte Ausland zu gehen. Schau dir die Klinik genau an von den Bewertungen, Räumlichkeiten, ob sie einen eigenen OP haben, ob sie überhaupt eine Klinikzulassung haben und vor allem achte auf das Personal. Sind die nett? Nehmen die sich Zeit? Sind die wirklich vom Service her top? Antworten die immer schnell auf E-Mails? Gehen die schnell ans Telefon? Das ist ganz, ganz wichtig, denn das spricht dafür, wie die Fürsorge danach sein wird, während dem Eingriff, nach dem Eingriff und wie du da betreut werden wirst. Das heißt, achte auf dein Bauchgefühl und achte auf die Punkte, die ich hier genannt habe. Dann kann es nur gut gehen. Und die Sicherheit ist so, so ein wichtiger Faktor. Und die Qualität, das will ich dir hier an diesem Beispiel zeigen, das ist eine Dame, die hat sich von jemandem operieren lassen, der das einfach nicht so häufig macht. Und man sieht hier das Ergebnis nach dem Eingriff. So kam sie damals zu mir. Hier ist immer noch viel zu viel Haut da im seitlichen Bereich vom Auge. Und da ist einfach, da hat derjenige sich nicht getraut, die Narbe weiter zur Seite zu machen. Und deswegen ist da, wo es eigentlich drauf ankommt, immer noch zu viel Hautüberschuss da. Dafür ist aber hier im mittleren Bereich zu viel Fett entfernt worden. Und deswegen ist dort so eine Vertiefung, wie so ein kleiner Krater entstanden. Ich habe die Dame danach korrigiert und ich konnte ein schönes Ergebnis Gott sei Dank erreichen. Ich konnte auch das Fett, was hier zu viel weggenommen worden war, wieder mit Eigenfett auffüllen. Aber es war einfach nochmal ein unnötiger zusätzlicher Eingriff. Und deswegen geht von vornherein zu jemandem, der da Profi ist und der auf die kleinen Details und auf die Finessen auch achten kann und der die auch beherrscht. Für viele Leute, die zu uns kommen, für viele Patienten oder Menschen, gibt es eine so eine bestimmte Hürde, die ihnen im Weg ist. Eine so eine Sache, die sie davon abhält, die Operation zu machen. Oft ist es die Angst vor der Narkose oder vor der Anästhesie. Manchmal sind es die Finanzen. Manchmal ist es der Partner, der sagt, Mensch, ich habe Angst um dich. Willst du das wirklich machen? Wir haben auch schon erlebt, dass es der Hausarzt ist, der da einfach unsicher war, weil er mal irgendwann eine Komplikation gesehen hat. Wenn du sowas hast, dann geh dem Ganzen, geh das an. Trau dich trotzdem. Informier dich wirklich sehr, sehr gut. Aber lass dich wegen sowas nicht von der Operation abhalten, denn das sind häufig keine guten Berater und keine guten Argumente. Trau dich einfach und geh den Schritt weiter, weil es ist wirklich so eine schöne Operation, die sich sehr, sehr lohnt und die extrem viel Lebensqualität und Ausstrahlung bringt. Wann die Operation durchgeführt wird, ist im Endeffekt völlig egal, ob im Winter oder im Sommer. Das geht zu allen Jahreszeiten gut. Wenn es im Sommer durchgeführt, kann man danach einfach ein bisschen mehr aufpassen mit Sonnenschutz oder eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber ansonsten ist das total easy. Trau dich, das ist auf jeden Fall meine Message, gerade bei dieser Operation, die so unkompliziert ist und so wunderschöne und natürliche Ergebnisse bringt. Ganz, ganz wichtig, lass dich nicht abhalten, informier dich vorher gut, sei kritisch und dann wird es für dich ein wunderschönes Ergebnis werden. Wenn du noch mehr Interesse hast an dem ganzen Thema Gesichtsverjüngung, wenn dich die angesprochenen, angrenzenden Gebiete noch interessieren, wie Unterleadstrafung, Tränensack-OP, Augenbrauenlifting, Facelifting, dann schau unsere anderen Videos an oder informier dich auf unserer Webseite. Da findest du auch noch ganz viele andere Videos. Liebe Grüße von mir und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!